Musik 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 Let's rock Universal Studios and Mardi Gras Floas biggest party Zeit dabei Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wie ihr hier im Hintergrund seht, da kommt der neue Fast and Furious Ride rein. Das dauert auch noch ein bisschen. Der macht erst 2018 auf. Also, es tut sich was hier in den Universal Studios. Transformers, ab geht's. Rock'n'Roll, Baby. Ein Transformer the Ride haben wir schon ein paar Mal gemacht. Supergeil. Ihr müsst auch über den Reihen gehen, der geht voll ab. 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! Wir sind jetzt total verzaubert hier in der Winkelgasse von Harry Potter. Ja, richtig super. Wir kennen das schon. Wir wollen uns jetzt mal mit dem Rino-Hausport mal machen. Weil der hat das letzte Mal zu. Und ja, wir nehmen euch mal mit. Mit Harry Potter. Ja, wir kommen jetzt hier gerade von der Gringotts-Bank und müssen sagen, es war richtig geil. Super. Aber kurz. Also, ein bisschen kurz. Also, da hätten wir uns ein bisschen mehr erwartet. Aber sonst ist es supergeil, weiter zu empfehlen. Macht das, wenn ihr hier seid. Macht Spaß. Also, da müssen wir uns ein bisschen mehr Achterlandscheid schieren. Aber hier sind aus dem Rino-Hausport, der wir beschrieben. Das ist wirklich so schön. Der Rino-Hausport ist ein bisschen besser. Aber auch hier bist du in der Rino-Hausport, da kommt vielleicht in Roman? Die Rino-Hausport ist ein bisschen besser. Das ist alles real. Ich würde mich überprüfen, die Schottische Regierung zu sehen, ob sie ein Hotel finden, wo es ist. So, das war unsere kleine Tour durch die Universal Studios, inklusive Mardi Gras, das Festival. Das geht natürlich jetzt erst richtig los mit Live-Konzerten und allem drum und dran. Die Stände machen jetzt erst alle auf, ein paar hatten schon auf. Das tun wir uns aber nicht mehr an. Wir wollten euch nur die Universal Studios zeigen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und im anderen Block, da seht ihr auch noch die Island of Adventure mit Rain of Kong. Super geil, Sky Island haben wir auch gemacht. Könnt ihr euch im anderen Block angucken. Ja, bis dann. Tschau. Tschüss.